Nein, geht selber auf 1. Und was siehst du da durch? Jetzt ist es weg. Ja, deswegen... Umgeziefer Angriff, weg. Ist es umgeziefer weg? Ja. Nicht so richtig, guck, da hast du noch immer noch. Ja, genau. Angriff der Umgeziefer. So, ist das? Ja. Umgeziefer, guck. Wie die hüpfen echt. Ja, wo kommen die ganze Umgeziefer her? Umgeziefer auf der Straße, greift ein richtiges Auto an. Ja. Irgendwann sitzt da auf der Straße, das hüpft irgendwie wie Umgeziefer. Von LKW kann es nicht kommen. Weil das war von anderen LKW hinter uns schon gewesen. Da sind noch bei gefahren und es ist weg. Dann immer noch da gewesen. Das ist ungeziefer oder was? Ja. Ja. Und da sagst du erst so eine Art Hakel, weil der Hakel von oben und ich von unten nach kurz hoch hüpft. Und die hüpfen ja von unten nach unten. Die hüpfen ja rum, so wie Grillen. Grillen. Ja. Das könnte Grillen sein. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Mystisch. Spruch auf der Straße oder wird angegriffen, ungeziefer. Könnte ungeziefer sein. Ihr warst heftig. Das hört aus wie im Winter, wenn einer von den Streuern ist. Ja, aber die Streuern können ja nicht rumhüpfen. Aber es hüpft nicht so schlimm. Ja. Die hüpfen ja nicht. Die gehen ja rauf und runter. Ja. Was ist das? Wir sind auf der Autobahn. A3. Richtung Nürnberg. Wo die Baustelle ist. Ich habe schon in Brunsfeld was passiert. Ja. Ja. Mach doch weiter. Ne, mal am Abend ist eingeschlafen. Ich bin nur auf den Kopf gekommen. Weil ich konnte es nicht mehr halten. Und bevor es runterfällt. Ja. Ist schon wieder vorbei. Und oben ist Mond schon. Oh, es kommt schon wieder. Es kommt schon wieder. Es ist überall für Straße. Hüpf, hüpf, hüpf. Es ist kein Regen. Es ist ein lauter Ungetiefer. Dann kann man es wieder sehen. Ja. Ja. Die Hüpfel von drüber. Echt ist der Wahnsinn. Ja. Voller Kanne. Ja. Ja. Ganz viele Ungetiefer. Ja. Ganz schön komisch. Ja. Gruselig. Mystisch ist das. Ja. Und oben scheint der Mond. Voller Mond. Da musst du da untergehen, wenn die Sonne kommt.